Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von Far Cry Primal. Ich weiß gar nicht, was wir letztens gesagt hatten, was wir hier machen. Jetzt in den nächsten Folgen, aber ich würde mal vorschlagen, wir entdecken hier ein bisschen die Gegend. Hier ist ein unbekannter Ort. Dort ist einer. Hier sind noch Masken und Hände zu holen, ein Lagerfeuer zu entdecken. Und da reisen wir mal zu dem Foulsee-Außenposten. So. In die Höhle gehen wir jetzt nicht. Markiert habe ich den Ort, also wir müssen da lang. Und wir haben hier eine große Miezekatze mit. Da können wir auch in der Nacht gehen. Des Weiteren könnten wir ja nebenbei ein paar Südsteine sammeln, um das Dorf weiter auszubauen. Hier brauchten wir Südsteine und Seltene Hirschhaut und hier Nord und Nord. Wir machen erstmal hier die Hütte fertig von der Jaiwama. Können wir was bauen. Jawohl. Okay. Nein. 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 Also ich seh's nicht, aber ich seh's auf der Minimap. Die ist tot. Da, dumme Nashorn. Warum? Hilfe! Da ist noch eins. Ja, das kommt auch noch hinterher. Na super. Mein Gott! Wo lauf ich hier eigentlich hin? Scheiße, Mann, ey. Gibt's doch gar nicht. Ach, jetzt hau ich alles hinter mir her, hier. Okay, soviel dazu. So eine Scheiße. So ein dummes Nashorn, ey. Habt ihr das gesehen? Hätten wir gleich stehen bleiben können. Das ist wieder so ein dummes Nashorn. Aber die sind doch tagsüber auch da, oder? Gut, dann warten wir mal bis zum nächsten Tag. Wir sind doch tagsüber genauso aggressiv. Vorhin geben die nicht auf. So. Früh am Morgen. Weg ist es. Da können wir wieder Venture helfen. Und der ist aber auch tot hier, oder? Gonnaâm. Oder nein. God. Scheiße da. Hm, okay. Ich glaube da oben kann man so eine Maske aufsetzen, äh, Maske aufstellen. Hm. Tot ist er. Wir müssen da irgendwie hoch. Da hängt so ein Teil. Okay. Vielleicht komm mal hier um hier hoch. Der Raucherhusteln. So. Und bitte. Okay. 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 So, wir wollten jetzt irgendwie da rüber. Okay. 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 Wir probieren gleich mal aus. Okay. 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 Hallo? Genau. Na gut, dann lassen wir das erstmal sein. Ups. Oh mein Gott. Okay, da haben wir den Unbekannten. Wo ist jetzt die hässliche Schlange? Schnell weg. Ich hasse Schlangen. Klettern wir hier wieder runter. Klettern wir wieder runter. Klettern wir wieder runter. Ja, müssen wir das dazu jetzt zerstören oder was? So ungefähr. Na bitte. Ich dachte, ich hatte Fallschadenvermeidung geskillt. So, gucken wir mal weiter. Ja, hier haben wir eine Hand und da haben wir noch eine Maske. Markieren wir das mal. Ah, die Räusper-Taste geht wieder nicht. Na, da kommen. Da kommen. So. Danke.